hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von bobby k und zwar sind wir genau an dieser stelle hier stehen geblieben und zwar habe ich die lautstärke etwas angepasst weil ich dachte also ich habe das video nachgeschaut es war doch ein bisschen leiser als er wartet oder als erhofft ich dachte so okay naja gut ist egal ich habe es jetzt gefixt und dann mal gucken hier was schade ich von uns möchte ja okay okay das kriegen wir hin sollte kein problem dort stehen ja das kriegen wir auf jeden fall naja wie gesagt man kann ja auch twiften aber hat man ja gesehen oder man ja wegen die trophäe na heute kommen wir dafür keine strafe des refers gewesen gut ich glaube das bedeutet jetzt können wir auch wenn die rennen jetzt auf der karte angezeigt oh das ist sehr gut das ist sehr gut ich würde sagen wir bestreiten das erste rennen gut das erste rennen haben wir schon sind wir schon gefahren warum? müssen wir jetzt nochmal fahren verstehe ich nicht versteht die das? habe ich irgendetwas falsch gemacht? ne ne? oder war ich zu langsam? das könnte ich mir vorstellen ja dass es zu langsam war aber ich weiß es nicht kann sein ja kann wirklich sein okay ein trophäe bekommen wo ist die werkstatt da ist die werkstatt ach du hast nichts bezüglich okay schade gut das bedeutet wir fahren als nächstes hier zum polizei auto wache wache wie gesagt polizei auto ne? ich weiß nicht wer das ist ich weiß nicht ich weiß es nicht wir werden es auf jeden fall jetzt erfahren das ist ja so hallo wer sind sie denn? oder wer bist du? hallo neuling ich bin sam oh sam hallo ich sauge für recht und ordnung in der stadt ich sauge für recht und ordnung okay normalerweise ist es hier ziemlich ruhig aber mit dem anstehenden fest habe ich ganz schön zu tun wie wäre es wenn du mich als hilfspolizist unterstützt du kannst mir helfen die ganzen raser einzufangen am besten fängst du gleich an und holst niki aus dem wald bevor noch jemand einen baum umfährt ja das können wir gerne machen und niki aus dem wald holen oh wir haben sogar jetzt auch eine sirene was mich interessiert wie können wir eigentlich hupen ich mein wir haben ja eine hupe eingebaut ja ja gut ach y ok ist der richtige muss der richtige weg sein hier sind pülze wo wird ein angezeigt kommen wir hier lang ja ich denke mal dann wird es doch eine einfache Trophäe ja platin geschlossen das ist schön der Tüter da ja ok also wie gesagt ich versuche die das spiel auf platin zu spielen ja ich weiß wie man sieht es ist ein einfaches spiel ne weil das halt wie soll ich kann man das ist halt wie Kinder gemacht ne also für Kinder oder von Familie halt wie gesagt ich hab's gesehen was er toren für 5 Euro ich wusste genau so ein Spiel kann nur einfache Trophäen haben das war mein Gedanke dahinter ne so dass ihr noch Bescheid wisst so was mich auch interessiert ach guck mal das zählt einfach ah ok man kann einfach die Pilze einfach umfahren das ist egal ich dachte die ok krass das ist ja noch das ist ja easy das ist ja sehr das ist ja richtig einfach ok ok das bedeutet wir sind hier und oh dort ist jemand dann fahren wir auch dort hin komm ich überhaupt dorthin theoretisch eigentlich schon ja komm wir da oh der hat sogar seine eigene Farm hier Farm kann ich hier auch kaputt Erdwehren zählt das dazu ich weiß nicht ich glaub schon ja äh nö gut dann lass mir's voilà jay nicht geschafft jay gut hi ja nach deinem Sturz hab ich es nicht für möglich gehalten aber ich glaube du hast das Talent an unserem großen Rennen teilzunehmen so wie du hier durch die Gegend fährst kannst du vielleicht sogar gegen Alex gewinnen aber als echter Rennfahrer brauchst du natürlich einen Turbo wie gut Entschuldigung da hab ich so schnell weggedreut wie kann wir jetzt Turbo ok haben wir den ganze Zeit drinnen oder lädt er sich nochmal auf oder ich denke mal mit Driften ja ja klar ok dann haben wir dies auch geschafft die nächste Trophäe halt ne ja wie gesagt es ist einfaches Trophäenspiel also wie gesagt wenn ihr auch Trophäen raus seid dann empfehle ich euch dieses Spiel ne wie gesagt es ist sehr einfach so haben wir das denn jetzt auf Gold abgeschlossen wait das bedeutet wir könnten jetzt das Rennen dort unten auf Gold abschließen theoretisch wo ist denn das da ist es doch ist es das ja das ist perfekt ok urkula hat ich Tasse gedrückt silber sehr gut let's go let's go oh 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 was wir haben ich dachte durch Twifts lädt das sich wieder auf ok ich glaube man muss die Rennen dreimal abschließen guck jetzt haben wir auf Silber geschafft ich denke mal jetzt kommt Gold ja wir müssen jedes Rennen dreimal abschließen aber ist kein Problem ja das ist ja kein Problem ich hoffe nur das schaffen wir wie ich sehe könnte es eng werden aber es wir schaffen es ja sehr schön ok wird es auch auf der Karte angezeigt als abge... oh das ist sehr gut ich einfach mal geradeaus dank obwohl wir müssen falsche Richtung wir müssen nach oben so links abbiegen aber hier sind ja Heuball wie waren das gewesen? 50 Stück ja hier sind das jetzt ok sollen wir das jetzt direkt hier 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 17 ja das ist richtig einfach ne um es jetzt 40 ne der nächste ist dann 40 doch nicht jetzt 43 44 45 46 47 48 49 40 und die 50 haben wir abgeschlossen ich weiß nicht das müsste ja angeschlossen werden ja wird angezeigt gut was also ich denke mal was wahrscheinlich schwierig sein also was schwierig wird auf jeden fall stern die schlage und die reifen also stern reifen das andere ist easy und teilt die gold steine ich weiß nicht was aber das kriegen wir auf jeden fall gut ja wie gesagt wir sind schon falsche richtung gefahren ich hoffe wir fahren jetzt die richtige richtung ja es geht es geht da dort müssen die richtige richtung sich ich weiß nicht wie gesagt wo man die golde steine bekommt oder was man dafür machen muss aber das finden wir auf jeden fall noch heraus vielleicht in die goldmine rein das ist die goldmine müsste ist das die goldmine das ist doch eine goldmine oder auf jeden fall mal hier sind noch sechs stück auch kommen sieben okay das noch mehr gut wir fahren erst mal wieder hoch und zum nächsten auftrag na das machen wir dann am ende also die sammeln objekte nach wie gesagt das ist noch das letzte folge also das hier dann erst mal ja die story mit kommt was hier passiert so hat es überhaupt eine story ich denke mal nicht gut ist ja hey hier sind wir habe ich dich schon mal irgendwo gesehen naja egal ich bin alex ich gewinne jedes jahr das große rennen ich bin fertig mit meiner übung hier wenn du willst darfst du es auch gerne versuchen ich weiß doch wie gerne meine fans mal in meinen reifen stecken wollen okay was müssen wir jetzt machen ach einfach durchfahren oder okay ich dachte okay ja und beim letzten müssen wir springen ja das war jetzt abzusehen also nicht abzusehen also ja gut egal wir haben es geschafft gut als nächstes steht ich wie gesagt ungeschadet dass man das nicht auswählen kann oder halt markieren kann aber ist egal das ist egal so der dort hinten man sieht das schon erwartet der nächste auftrag auf uns dort fahren wir auch jetzt hin und hier herum gekommen nächste trophäe bekommen ja wie man schon sieht oder sehen kann es ploppen auf jeden fall einige tropäen auf wie schon gesagt ungefähr wie die platin trophäe liegt das spiel bei vier stunden ich weiß gar nicht hat das spiel platin trophäe ich weiß es nicht egal was sagen werde ich hoffe es hat euch gefallen bei dieser folge wenn ja wie sagt könnt ihr machen müsst ihr aber nicht dann das doch gerne in der bewertung da und ich hoffe wir sehen uns dann bei der nächsten folge wieder von poppycar oder was auch so noch auf meinem kanal ist euer basti ist dann mal raus bleibt gesund und bis zum nächsten video hier auf meinem kanal und ciao ciao bleibt gesund kommt